Das Video ist wieder ein Passvideo, ihr schnappt euch wieder einen Partner, wieder ein Geschwisterteil, freut Freundin, einen Ball und ihr spielt euch Brustpässe und Bodenpässe im Wechsel zu. Marvin und Julius machen euch jetzt einmal vor. Jeder spielt erst einmal 10 Brustpässe, der andere spielt 10 Bodenpässe und dann noch wechseln wir. Schaut, dass ihr bei den Brustpässe euren Partner auf die Brustpasst. Beim Boden, knapp hinter der Mittlinie, soll der Ball aufkommen. Geht vielleicht ein bisschen enger zusammen, wenn es nicht so gut klappt. Wenn es gut klappt, könnt ihr weiter auseinander gehen. Viel Spaß dabei!